Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine kurze Analyse der Berliner Runde vom 23.2. zur Hamburg-Wahl, bei der Bernd Baumann zu Gast war. Außerdem geht es um die merkwürdige Zahl von 4,7%, die während der Sendung angegeben wurde. Dieser Wert 4,7% in der Prognose und in den Hochrechnungen hat mich skeptisch gemacht. Auffällig war, dass in der Berichterstattung, kurz nach dem Wahlabend, wo alle Vertreter eingeladen werden, dass kein AfD-Vertreter eingeladen war. Normalerweise hätte der Spitzenkandidat dort stehen müssen. Die Öffentlich-Rechtlichen wussten, oder gaben zumindest anzuwissen, dass die Prognosen sehr unsicher sind. Und sie entschieden sich dafür, keinen AfD-Vertreter mit an den Tisch zu nehmen. Das ist für mich im Nachhinein gesehen ein eindeutiger Betrug. Die AfD hat sowieso nur ganz wenig Zeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und wird, wann immer es geht, schlecht gemacht. Das heißt, die Entscheidung, keinen AfD-Vertreter an den Tisch zu nehmen, das ist nicht so ein beiläufiger Zufall, sondern das hat man herbei gesehnt. Und dann hat man die 4,7% zum Anlass genommen, sie nicht einzuladen. Ich habe noch bei keiner Landtagswahl erlebt, dass das Ergebnis von 4,7% der Prognose im Nachhinein auf 5,3%, wie es jetzt aussieht, angehoben worden ist. Das erscheint mir sehr seltsam und mittlerweile glaube ich an keinen Zufall. Besonders, weil kein AfD-Vertreter eingeladen wurde. Die Sendung war ein einziger Albtraum. Leider auch, meiner Meinung nach, auch die Performance von Bernd Baumann. Es könnte nämlich sein, und im Moment sieht es so aus, dass die AfD das erste Mal wieder aus einem Landesparlament rausfliegt. Wie erklären Sie sich das schwache Abschneiden? Hamburg war für uns immer das schwierigste Pflaster. Es ist die linksgrüne Hochburg der Republik überhaupt. Wir haben linke, grüne SPD, der Linksblock zusammen 73%. Wenn man noch zurückblickt, September in Sachsen hatte dieser Linksblock zusammen 27%, alle drei Parteien zusammen. Da hatten wir 27,5%. Da sehen Sie, wie unterschiedlich die Milieus sind. Hamburg ist eine linksgrüne Stadt. Aber die Schill-Partei hatte 19% in den Umfragen vorneweg, waren 17% der Hamburger, die gesagt haben, wir könnten uns AfD vorstellen. Das ist ja dramatisch abgerutscht. Können Sie das nur auf jetzt das schwierige Hamburger Pflaster schieben? Natürlich hat das mit dem Hamburger Pflaster zu tun. Nur ein Beispiel. Alle Parteien, die hier sitzen, haben unzählige Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Wir wollten auch 30 machen in den Bezirken. Wie viel konnten wir machen? Die AfD konnte keine einzige Wahlkampfveranstaltung machen, weil ein linksgrüner, gewalttätiger Mob die Wirte unter Druck gesetzt hat, das nicht zu tun. Auch die, die uns gewogen waren, die kennen wir ja. So sieht das aus in Hamburg, so ist das Problem. Und da kam natürlich noch die größte Medienkampagne jetzt in den letzten Tagen dazu, sozusagen, die uns mit den furchtbaren, entsetzlichen Morden von Hanau irgendwie in Verbindung bringen wollten. Und alles zusammen hat dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen, bitte. Herr Baumann, Sie sagen jetzt wieder die AfD in der Opferrolle, aber bleiben wir mal bei Hanau. Das ist doch interessant, dass es heute eine ganz erhebliche Änderung in der Kommunikationsstrategie Ihrer Partei gibt, weil auf einmal Herr Meuthen, der das vorher anders gesagt hatte, und Herr Koppala plötzlich von rassistischem Verbrechen sprechen und auch sagen, das Motiv sei ganz klar Ausländerhass gewesen. Ist das eine späte Überzeugung oder ist das der Versuch einer Schadensbegrenzung? Das ist überhaupt keine Veränderung. Es ist völlig klar, dass weltweit es einen extremen rechten Terrorismus gibt, furchtbarster Art, von Norwegen, Breivik bis Neuseeland, Kreischschirch, USA. Und da einzelne Spinner am Internet sitzen und sich da einklinken und mittun, das ist eine Gefahr, die wir sehen müssen. Aber Herr Gauland und Herr Meuthen hatten das bestritten und seit jetzt in einem Brief an die Partei haben sie sich korrigiert. Die haben das überhaupt nicht bestritten. Es gibt diesen Terrorismus, ist keine Frage. Was die bestritten haben, zurecht bestritten haben, dass ein Täter, von dem der Chef des Bundeskriminalamtes sagt, der hätte schwere psychotische Störungen, schwere psychotische Störungen, das heißt, der ist nicht zurechnungsfähig, wenn er noch leben würde, käme der nicht ins Gefängnis, sondern in eine sozusagen psychiatrische Anstalt unter Verwahrung. Das haben Sie gesagt. Ja, aber Sie haben es ausgeschlossen. Das muss sich ja nicht ausschließen. Deshalb spiele ich das jetzt mal rüber an Sie, Herr Blume. Wenn wir jetzt alle seit spätestens, nicht nur, aber spätestens seit dem Terror in Hanau darüber sprechen, was der gesellschaftliche Nährboden ist, dass in der Tat Menschen, auch wenn sie psychische Probleme haben, dann zu solchen Taten schreiten. Glauben Sie, sagen Sie, die AfD hat eine Mitverantwortung, eine Mitschuld für diese Taten? Ja, selbstverständlich. Ich könnte es jeden natürlich fragen. Wir müssen uns ja nur mal anschauen, was in unserem Land sich verändert hat. Und wenn ich wenige Tage vor den schrecklichen Ereignissen in Hanau lese, höre, sehe, dass beispielsweise eine Fraktion in einem deutschen Land von der AfD ein Malbuch für Erwachsene, in Anführungszeichen, veröffentlicht, mit schwersten rassistischen Entgleitungen. Ich habe immer gesagt, das ist kein Malbuch für Erwachsene, das ist ein Malbuch für Nazis. Der kann sich jetzt nicht freimachen davon, dass er mit all diesen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Umtrieben mit Hass und Hetze und auch mit Terror nichts zu tun hat. Selbstverständlich hat die AfD in den letzten Monaten und Jahren den geistigen Nährboden dafür bereitet, dass solche Dinge überhaupt passieren können. Und insofern ist Hamburg natürlich glücklicherweise eine demokratische Quittung für dieses geistige Brandstifter-Tum, was von ihrer Seite hier in unserem Land betrieben wird. Ich freue mich, dass da es gelingt, ein demokratisches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist auch wichtig, dass insgesamt die Parteien in Deutschland in dieser Frage zusammenstehen und keine Partei hier in Zweifel aufkommen lässt, was der richtige Umgang damit ist, nämlich Glas der Abgrenzung und Bekämpfung der AfD, die dieses Gedankengut verbreitet. Dann vielleicht noch ganz kurz, Herr Baumann, weil Sie sagten, ja, können Sie jeden am Tisch fragen. Natürlich. Jetzt, nein, nein. Das ist politischer Wettbewerb. Nein, das ist nicht politischer Wettbewerb. Ich möchte von Ihnen nur einen Satz wissen. Bezweifeln Sie, dass Worte, aggressive Worte zu Taten führen? Ich bezweifle nicht, dass Worte zu Taten führen bei bestimmten Leuten, aber ich bezweifle, dass die AfD, die größte Oppositionspartei-Fraktion im Bundestag, irgendwas zu tun hat mit rechtsextremistischen Straftaten. Aber Sie hessen gegen Shisha-Bars? Natürlich müssen die großen Probleme des Landes angesprochen werden. Sechs Millionen Wähler haben uns ja deswegen gewählt. Wir haben offene Grenzen, wir haben eine Massenmigration, wir haben Parallelgesellschaften, wir haben Clans. Das muss man deutlich benennen. Es gibt diese internationalen terroristischen Spinner, und mit denen haben wir gar nichts zu tun. Die Opposition im Bundestag lässt sich nicht mundtot machen. Und das noch aufgrund eines solchen Anlasses, wenn ich nur daran denke, Frau Vrasse, nur die Mutter mit zwei kleinen Kindern, die jetzt nicht nach Hause kommt, und die sitzen zu Hause und schreien und weinen, und die Mutter kommt nicht wieder. Und so einen Anlass zu missbrauchen für kleine parteipolitische Münze, das ist das Entsetzliche in der Republik. Ich glaube, und ich spiele das jetzt an Sie weiter, Herr Klingbeil, dass niemand hier etwas missbraucht. Und wir uns jetzt fragen, was für Konsequenzen müssen denn gezogen werden? Jetzt aus dem, was da passiert ist. Und in dem Kontext hatten Sie gesagt, in Hanau hat einer geschossen, aber viele haben ihn munitioniert. Sie fordern jetzt, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Und viele Parteien oder viele Stimmen anderer Parteien schließen sich dem an. Haben Sie denn etwas an Hinweisen, Anhaltspunkten? Kennen Sie die, dass die Behörden so entscheiden werden? Denn das entscheidet ja nicht die Politik, sondern das tun ja der Verfassungsschutz. Nein, als Politiker sage ich erst mal, was ich für richtig empfinde. Und das müssen dann Behörden, das müssen Experten in den Behörden entscheiden. Dafür gibt es in einem Rechtsstaat geregelte Wege. Aber es kann doch niemand ernsthaft in Frage stellen, dass die AfD sich verfassungsfeindlich verhält. Da gibt es ganz klare Indizien für. Wenn Sie sagen, niemand missbraucht das, was in Hanau passiert ist. Ich muss mir doch nur angucken, was in den ersten Stunden, als noch unklar war, was da genau passiert ist. Haben Sie es schon missbraucht? Was von Ihren Parteikollegen, da wurde es auf die Kanzlerin geschoben, da wurde die Flüchtlingspolitik angegriffen. Da ist sofort, sind die Muster der AfD, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und eine solch furchtbare Tat zu missbrauchen, ist von der AfD an höchster Stelle aktiv betrieben worden. Und dafür sollten Sie sich schämen, was da gelaufen ist. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass alle Parteien eine klare Haltung einnehmen, dass man offenlegt, es gibt Verbindungen, bis in die Bundestagsfraktion rein, für die extreme Rechte. Die AfD ist für mich der politische Arm der extremen Rechten und da muss der Verfassungsschutz hinschauen. Das ist eine der Instrumente, die wir haben, um diese Partei zu bekämpfen, dass man sie rauswählt aus Landesparlamenten. Das ist das demokratische Mittel, aber es muss vieles passieren, um die Brandstifte an diesem Land wieder zurückzutreiben. Ich hätte mir von ihm mehr erwartet, aber diese AfD-Leute im Bundestag, sie sind anscheinend entweder halt harmlose, harmlose Doktor, Doktoren und Professoren, die in ihrer eigenen Welt leben, aber die nicht mit, die nicht die Hemd, die, sag ich mal, die Ärmel aufkrempeln können und irgendwie gerissen sind. Jetzt sag ich mal im positiven Sinne. Sondern ihre Strategie, sie erscheint mir doch ein bisschen naiv. Sie denken, sie geben sich bürgerlich und sie sagen nichts Böses und dann verfängt die Hetze der Mainstream-Medien nicht. Sie müssen das nur durchhalten. Und ja, und sie dürfen bloß nicht irgendwie ausfällig werden. Wenn sie das werden, dann wird alles noch viel schlimmer, als es jetzt schon ist. Da zucken sie vor Angst zurück und sagen sich, ja nein, das dürfen wir auf keinen Fall tun. Was sie nicht bemerken ist, dass sie dadurch genau in den Frame reinspringen. Mittlerweile. Die anderen machen ihre Hetze mittlerweile so brutal, so schamlos, dass ein Widerspruch absolut notwendig ist. Und dass so eine Reaktion, so eine nicht beleidigende Reaktion, dass das unglaubwürdig wirkt, sodass die Zuschauer denken, jedenfalls die ÖER-Zuschauer, die dauernd die Wiederholung hören, AfDler sind Nazis, AfDler sind Nazis. Wenn da kein entschiedener Widerspruch kommt, denken sie, okay, wenn er sich nicht wehrt, dann ist da schon was dran. Das haben sie anscheinend nicht verstanden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es ist so unprofessionell. Sie müssen doch wissen, sie haben nur ganz wenige Sekunden. Und da müssen sie sich genau überlegen, was wollen sie in den Sekunden den Bürgern sagen. Irgendwelche Statements wie, ja, in Hamburg, Rot-Rot-Grün war da schon immer stark, es ist eine linke Hochburg, da haben es die bürgerlichen Parteien schwer. Und da finde ich es schlimm, dass er genau wie Chrupalla die anderen FDP und CDU bürgerlich genannt hat, wo diese sich so unbürgerlich verhalten, indem sie die AfD schmähen und als Nazis bezeichnen und täuschen und lügen, sie verleumden, wie es schlimmer gar nicht geht. Und ich frage mich ehrlich, hat man da keinen Stolz, dass man so was mit sich machen lässt? Das kann man doch nicht ertragen. Also wie kann man dann da so ruhig sein und dann nichts sagen und dann noch irgendwas erzählen? Das ist halt für alle Parteien schwierig, dann ist es für uns auch schwierig. Und so was. Wie es Chrupalla auch gemacht hat. Und vor allen Dingen, die Leute wollen sowas überhaupt nicht hören. Irgendwelche schönen Rednerei. Die AfD hat den Anspruch, Volkspartei zu sein und auch wenn sie jetzt drin ist. Mir wäre es vielleicht sogar fast lieber gewesen, in Anführungszeichen lieber, damit es die AfD mehr aufrüttelt, wenn die AfD nicht reingekommen wäre. Weil dann hätten sie vielleicht mal etwas mehr drüber nachgedacht, dass es so nicht weitergehen kann. Und jetzt sind sie mit 5,3% drin und jetzt denken sie, ja super, wir haben es wieder geschafft, wir haben unseren Coup wieder gelandet, wir sind am Ende doch drin, ha ha ha. Natürlich finde ich es schön, dass sie drin sind. Und es ist wichtig, dass die AfD in Hamburg eine Stimme hat. Aber 5% ist eine Katastrophe. Auch in Hamburg müssen es meiner Meinung nach mindestens 15% sein. Besser 20%. Also 15% Minimum. Und in den anderen Bundesländern müssen es 25-30% sein. 35%. Das klingt jetzt so, ja, das ist ja so wahnsinnig hoch, das ist doch vermessen. Wenn man sich diese fürchterliche Politik anguckt, die Energiepolitik, die Migrationspolitik, das ist völliger Irrsinn. Zwangsläufig für ihre, weil die AfDler die Einzigen sind, die eine Politik macht, die für die Bürger des Landes gut ist, ist es selbstverständlich, dass die AfD so viele Prozente kriegen muss. Und es ist eigentlich absurd, dass die anderen es durch die Propaganda schaffen, die AfD so klein zu halten und ihren Irrsinn durchziehen. Die Runde war so entsetzlich unfair, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann. Also erstmal hoffe ich, dass ich mich heute vielleicht sogar dreifach freuen kann. Und wenn die Parole Nazis raus sich in Hamburg vielleicht sogar erfüllt und die geistigen Brandstifter der AfD heute aus dem ersten Landesparlament rausfliegen, dann wäre das ein sehr gutes Signal auch für das politische Klima in diesem Land. Aber da warten wir jetzt mal die Entwicklung am Abend ab. Und ich sehe diesen Widerspruch, den Sie gerade aufgemacht haben, überhaupt nicht. Wir haben... Baumann kam als letzter zu Wort. Und vorher, als er bestimmt wurde, um die Entmenschlichung zu perfektionieren, wurde auch sein Gesicht nicht eingeblendet. Sozusagen, um zu verhindern, dass die Leute sehen, er ist ein Mensch. Sondern da wurde über ihn gelästert. Die ganze Zeit, er wurde kein einziges Mal eingeblendet. Erst nach 10 Minuten. Das ist mir auch so am Rand aufgefallen. Dann kommt Baumann zu Wort und Tina Hassel unterbricht ihn natürlich auch ständig. Eine Klarheit findet in ihrem Kurs, weil sonst werden wir die gleiche Debatte, wie sie jetzt in Thüringen erleben, wieder in Sachsen-Anhalt erleben. Ich würde jetzt gerne Herrn Baumann wieder in die Diskussion bringen. Und zwar zu Thüringen. Aber wie will die AfD jemandem erklären, dass sie nicht mit der Demokratie und ihren Instrumenten spielt, um Chaos zu schaffen, wenn sie einen Kandidaten aufstellt und dann nicht für ihn stimmt. Das wäre so, als ob sie zur Party einladen und dann gehen sie woanders hin. Wie wollen Sie das irgendjemandem erklären? In so einem Parlament kommen die Entscheidungen zustande unter der Geschäftsordnung, die gilt. Und die gilt. Und da stellt man Kandidaten auf und die Abgeordneten sind frei, wen sie wählen. Das ist hier passiert. Hier ist ein Ministerpräsident gewählt worden von der FDP. Den konnte man wählen. Den haben CDU, den haben FDP gewählt, den haben wir gewählt. Beide haben geklatscht. Herr Kubicki von der FDP hat gratuliert. Aber ich frage ja, warum die AfD für ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat. Nicht gestimmt hat. Den sie ja aufgestellt hat. Das ist ja das, was man niemandem erklärt hat. Die Abgeordnete können sich doch überlegen, der ist jetzt zweimal nicht gewählt worden. Im dritten Wahlgang gehen wir jetzt doch dazu über und wählen den Kandidaten der bürgerlichen Mitte und wählen ihn von der FDP. Das ist passiert. Es ist ja passiert, dass die FDP und die CDU da völlig klar waren, was sie gemacht haben. Das war denen doch völlig, die haben mit uns zusammengearbeitet. Und das ist überhaupt die Zukunftsfrage. Wie will die CDU sozusagen vorangehen? Sie kann auf Dauer nur noch bürgerliche Mehrheiten gewinnen, wenn sie die zurückgewinnt, die mal bei ihr waren. Ich habe ja auch jahrzehntelang CDU gewählt. Wie viele bei uns, andere haben SPD gewählt. Das wird sich entscheiden. Will die CDU sozusagen Richtung Links Partei schwenken? Aber Herr Baumann, mit Ihnen würde ich doch lieber über die AfD reden. Und da hat Stimmen aus Ihrer AfD, zum Beispiel Herr Kindervater, die haben gesagt, nach Thüringen, unser Plan ist aufgegangen. Warum soll man den Plan denn nicht haben? Wir wählen Herrn Kemmerich. Ja, aber welchen Plan denn? Verächtlichmachung. Wir wählen, also wenn die ihre Möglichkeiten, die nach Geschäftsordnung da sind, wählen. Und sozusagen der Mann hinterher gewählt ist, er ist keine Verächtlichmachung. Die Verächtlichmachung kam aus Berlin, als Frau Merkel, beziehungsweise aus Südafrika, als Frau Merkel sagte, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Das ist eine Verächtlichmachung des Parlamentes. Und nicht die Wahl, die rechtmäßig zustande gekommen ist. Herr Blume. Er erzählt aber auch, er muss sofort erzählen, Sie täuschen, die Medien täuschen, die Altparteien täuschen. Und dann aber auch nicht das nur in den Raum stellen. Sondern sagen, hier A, B, C, D, E. Wie sie es konkret machen. Dann können sie anführen, die Medien. Das Gauland-Interview, wie das gelaufen ist. Wie diese Demonstranten hochgepegelt wurden. Die Statistik mit den Themen. Welche Themen bei Gauland gebracht wurden, welche nicht. Weil wurde leise gepegelt. Im Bundestag, wie es dazu geht. Das muss er alles benennen. Und das kann er ja auswendig lernen. Da muss er sich für eine Liste machen, auswendig lernen. Und ich werde in der Sendung A, B, C, D, E sagen. Und den Bürgern sofort sagen. Nur so hat er die Chance, ganz viele Bürger zu erreichen. Dann muss er sofort hier aufzählen. A, B, C, D, E, F, G. Und wenn Tina Hassling unterbricht, dann kann er sofort wieder auf sie zeigen. Und sagen, ja, sie unterbrechen mich. Und kann auch das Unführe. Und dadurch springt sie in seinen Frame rein. Indem er deutlich machen kann, er wird dauernd unterbrochen. Und die anderen dürfen ihre Monologe halten. Nach Belieben. Und er kann auch anführen, keine kritische Nachfrage. Die Medien hätten die Aufgabe, die Verzerrung gegen die AfD offen zu legen. Und dass sie ihrem Auftrag nicht gerecht werden. Dass diese Haltung gegenüber der AfD, sie sei eine Nazipartei, dass das überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Und dass das Verhalten der Altparteien gar nicht kritisch beleuchtet wird. Er hätte so viele Gelegenheiten. Oder auch mit Maaßen. Die Hetzjagd-Lüge. Das muss er alles bringen. Dass es den Leuten ins Bewusstsein gerufen wird. Und da muss er jede Sekunde dafür nutzen. Und irgendwelche solchen, solche Geschichten. Ja, Hamburg ist ein schwieriges Pflaster. Bla, bla, bla. Für die bürgerlichen Parteien. Und auch die anderen nicht bürgerlich nennen. Die AfD ist die einzige demokratische Partei. Und das muss sie selbst so sehen und so vertreten. Also ich habe mir überlegt, wir müssen alle der AfD Briefe schreiben. Ich werde jetzt der AfD einen Brief schreiben. Und sagen hier, ich biete euch Hilfe an. Ihr könnt auch meine Videos gucken. Ja, ich denke, sie werden nicht, sie sind zu stolz. Sie werden nicht drauf hören. Aber ich denke wirklich, ich werde verrückt. Also sie haben wirklich dringend Hilfe nötig. Und ich denke, das seht ihr ja, denke ich, alle genauso. Dass es so nicht weitergehen kann. Also am besten, wir schreiben der AfD alle Briefe. Wir müssen das ändern. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ich meine, sie hängen sich ja rein, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Selbstzufriedenheit. Also ich habe das Gefühl, sie haben jetzt ihren Posten vielleicht und jetzt haben sie ihr Gehalt und 15 Prozent. Ja, da sind sie auch beim nächsten Mal sicher drin. Und dann ist es ja gut. Und mit den anderen Parteien, das läuft dann schon irgendwie. Und ja, wenn die halt böse Zonen sind, ja, das machen die halt nur so aus Taktik und so. Und vielleicht sind sie aber auch so abgekoppelt und die merken gar nicht, es geht hier um Größeres. Es geht hier um Deutschland. Es geht nicht um die AfD. Es geht ja gegen jeden, der irgendwie kritisch ist gegenüber der Migrationspolitik, der kritisch den Islam betrachtet, werden ja alle totgeschwiegen und fertig gemacht. Das betrifft ja gar nicht die AfD. Sie müssen, glaube ich, begreifen, was für eine Verantwortung sie hier gerade haben. Das von ihnen in Deutschland abhängt. Das von ihren Auftritten in den Talkshows, in der Öffentlichkeit, da hängt Deutschland davon ab. Sie können jetzt, dadurch können sie ganz viele Leute erreichen und sie warnen, was hier gespielt wird. Mit dieser Dauerpropaganda, mit dieser Dauerwiederholung, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute tatsächlich getäuscht werden. Auch mit dem Treibhauseffekt. Da denken die Leute, den gibt's. Das ist alles verrückt. Und das grenzt für mich schon an Verantwortungslosigkeit, so einen Auftritt hinzulegen, wie die AfD lässt tun. So planlos. Ich hab so das Gefühl, die begreifen den Ernst der Lage nicht. Und natürlich ist es auch so, wenn dann diese ganze Verbotsgeschichte kommt und die AfD weiß ich, was sie sich einfallen lassen, wie sie die AfD drangsalieren, dann sind sie auch ganz schnell weg und helfen ihnen dann keine 15%. Das kann dann ganz schnell sich ändern. Oder was weiß ich, was sie für Pläne haben. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur zu beschäftigt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Und was ich vergessen habe. Macht's gut.